Als wir heute Abend so gegen 5.30 Uhr in der Fußgangezone waren und haben Unterschriften gesammelt, habe ich diesen Mann gesehen mit einer Gitarre auf seinen Rücken und es stellt sich fest, dass er ist aus Mexiko. Ich sagte, letztes Monat hatten wir eine mexikanische Gruppe bei den Toglub in Boston. Ja, ich kenne die Sante. Ich habe die Gitarre in den Köln. So, ein wenig Hand für Daniel. Guten Abend, alle. Ich spreche genauso nicht sehr gut durch, aber ich weiß nicht. Nur ein Lied. Dich, die Sitzung sind für heute Abend noch nie. Con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te verás, que quizás lo volverás, que muy tristes hoy sean mis mañanas y temas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos, no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te va, te va, se ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, 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 amor. Ich habe mich gerade gefragt, was er singen sollte, weil er nicht sehr gut Deutsch ist, er kennt sich ein bisschen Englisch oder Spanisch oder Portugiesisch und ich sagte, sing einfach ein Lied, was zu dir passt und das hat er getan.